Ich sterbe. So steif. Das war anstrengend. So pretty. We made it kind of, well, that far. Yeah, I think Aron is right, the entrance is on the other side. I see him that way. I think, but we could go up there too. But I think here is, we just go to this building that are falling. Okay. Up, yeah. Yes. Oh. Aron, wave! Huh? Hi. Hi. It's okay, man. Yeah, it's okay. Okay. Yeah, the view is very nice. There's nothing inside. I'll close up. So pretty. Minella, your room is really nice. Thank you. I clean up everything just with me. Aww. Oh, yeah. Your kitchen is also nice. It's already on. Yeah. So today we make Brazilian waffles. Brazilian waffles. Without special ingredients. German Turkish preparation with the same ingredients. Yeah, help me make potatoes. We are going to make potatoes. So that's like American. In America they eat potatoes with waffles. Fries. So, American. But we are Brazilians. All of us. Yeah. They eat potatoes. Okay. Paul Pakarai. We can start. Paul Pakarai. Unbelievable. The igloo is done. I start to move. Nein, nicht fliehen! Es gibt seagulls. Ja, seagulls. Ich denke, seagulls. Ja, es ist offiziell summer, glaube ich. Schau mal, die andere Farbe. Ja, spring. Ja, spring. Und da ist noch mehr Wasser. Sie sind so großartig. Ja. 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 Ja, das ist nicht so großartig. Oh, warum sollte ich noch ein Binocular? Wir sollten auch noch ein Beinocular verwenden. Ja. Es ist ein bisschen rund. Es ist ein Auk. Es ist ein Bär. Es ist ein Bär. Es ist ein Bär. Es ist ein Bär. Ich glaube, es ist ein Bär. Es ist ein Bär. Ja. Ja, es ist ein Bär. Wo ist die Seale? Ja, es ist wirklich, wirklich schön. Das ist ein Eis, das ist ein Eis, das ist ein Eis, das ist ein Eis, das ist ein Eis. Und du kannst da oben gehen. Ja, das ist ein Eis. Das ist ein Eis. Ich glaube, du kannst das nicht machen. Nein, du kannst das nicht machen. Wenn du fallen, dann habe ich es auf Video. Es ist okay. Wooo, sehr gut. Das ist ein Eis. Ja, das ist ein Eis. Das ist ein Eis. Das ist ein Eis. So comfortable. Hey Sam, how are you? Good, how are you? Oh my god, it's so pretty! It's so pretty though! It's so pretty!